Hallo und willkommen zu einer Runde BVP mit dem Hexenmeister. Das scheint eine Scheißrunde für meine Kuppe zu werden. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Der Gegner dominiert. Der Gegner dominiert. Der Gegner dominiert. Und zwar brauche ich mich da gar nichts anlegen. Und zwar brauche ich mich. Na ja, momentan ist es noch einigermaßen knapp. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Runde verlieren. Die haben keinen Magier, die haben Magier, das reicht schon aus. Ja genau, der trifft mich hier oben noch. Ja genau, ich gehe jetzt noch einigermaßen. Ja, ja, ja! Ja, genau. Ach, da hinten kommt ein paar andere. Lucky Bastard. Der Gegner dominiert. Aber, er ist so schwach. Ich weiß, ihr mögt es vielleicht glauben, aber der ist zu schwach. Weil das einfach keine Dodge-Klasse ist. Der kriegt jederzeit Damage. Der ist vielleicht dann immun gegen, ähm, CCs, aber er kriegt trotzdem jederzeit Damage. Und dass Shadow Rush nur, nur 30% Death bringt, ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wenn man Magier, Jäger oder Zweihankämpfer an Damage raushauen, da bräuchte der SW mit Shadow Rush eigentlich 80%. Na gut, wir wollen nicht übertreiben. Sagen wir 60%. Und, das muss auch noch 5 Sekunden nach dem Shadow Rush aktiv sein. Über die Damage kann man streiten. Manche mögen sie zu hoch finden, aber das ist keine CC-Klasse, so wie der Dumme Mage. Beim Mage ist der Damage zu hoch, weil das eine CC-Klasse ist. Der hat Perma-CC mittlerweile. Und, äh, als SW hast du einen, bei den Begegnungskräften, einen guten CC. Den muss aber erst Plagensturm drauf machen und dann mit dem Fluch auslösen. Dauert viel zu lange, im Gegensatz zu den ganzen CCs vom Mage. So, dann haben wir das hier noch als kleinen CC. Der bleibt halt kurz mal festgefroren am Boden und ist danach verlangsamt. Das ist also kein richtiger CC. Der Fernkämpfer könnte man auch machen, wenn sie wollen. Und, äh, da gibt es dann auch eine andere Fähigkeit, äh, Begegnungsfähigkeit. Und, äh, Stuck und Ground und, ähm, das ist, äh, für fernen Kämpfer, die machen trotzdem Schaden an. Also auch schmachsinnig. Also hat man nur einen guten CC als SW. Deswegen ist der Damage da eigentlich in Ordnung. Nur, die Dev-Sets müssen erhöht werden. Oder die Damage von allen anderen Klassen wird verringert. Oder die CCs werden aus dem Spiel genommen, aus, von den anderen Klassen. Oder, von mir aus, auch komplett aus dem Spiel. Weil die CCs in dem Game hier, die sind einfach nur lächerlich bei der Damage, die man raushaut. Das ist ja, oh, da fehlen mir schon wieder fast die Worte. Was ist hier los? Ach, da kämpft einer. Gegen zwei, drei, vier. Gegen vier. Der Gegner hat fast gewonnen. Der Gegner hat fast gewonnen. Wewewewewe. Ja, ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie man an meiner Stimme gemerkt hat, in den letzten Folgen bin ich richtig angepisst mittlerweile von dem PvP-Gedönse, Wichse, Kacke, Scheiße, Dreck hier. Und, ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich die Serie jetzt nach dieser Aufnahme noch fortführe. Oder ob ich mich nicht mal auf ein paar andere Spiele mit mehr Ballons konzentriere. Wie zum Beispiel WoW Classic. Oder Battlefield. Selbst Battlefield, wenn man dann mit einer Pistole auf dem Panzerschießt, hat dann immer noch mehr Ballons als hier PvP-Gedönse. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.